Bündner Aussichtsberge Es lohnt den Aufstieg mit faszinierenden Abfahrten. In dieser einzigartigen Region hat die Natur die Voraussetzungen für ein besonders reines Mineralwasser geschaffen. Für Swiss Alpina, das Mineralwasser von Goethe. Auf einem jahrelangen Weg abwärts hat das Schnee und Regenwasser, Kies, Sand und verschiedenste Gesteinschichten langsam durchsickert und dabei einen ganz bestimmten Charakter angenommen. Mit seinem Gehalt an wertvollen Mineralien wie Kalzium und Magnesium, mit einer Gesamtmineralisation von über 1285 Milligramm und seiner natürlichen Reinheit, ist Swiss Alpina ein ideales Getränk gegen den Durst und für die gesunde Ernährung. 30 Jahre und länger kann es gehen, bis das Wasser, das einmal als Regen oder Schnee auf der Pizpeverin gefallen ist, an die Erdoberfläche zurückkehrt und dort als Mineralwasser Swiss Alpina gefasst und über geschützte Rohrleitungen in die Abfüllerei weitergeleitet wird. Swiss Alpina kommen Sie nur bei Goethe über. Es gibt es normal, leger mit wenig Kohlen-Säure und naturell, also ohne Kohlen-Säure. Wir finden, solches Mineralwasser müssen eigentlich alle trinken und darum offerieren wir es Ihnen in den 1,5 Liter PET-Flaschen zum besonders günstigen Preis von 95 Rappen. Faire Handel mit den Produzenten aus der dritten Welt ist das Hauptanliegen der Max Havelar Stiftung. Auch Goethe engagiert sich seit längerer Zeit für Dritte-Welt-Projekte und offeriert Ihnen Kaffee, Schokolade, Honig und Tee unter diesem Label. Nach dem positiven Abschluss einer längeren Testphase kommen Sie in unseren Läden jetzt auch Bananen von Cooperation und Max Havelar rüber. Mit dem Kauf dieser Bananen verhelfen Sie den Kleinbauernorganisationen in Ecuador zu einem gerechten Lohn, ohne dass Sie selbst mehr dafür zahlen müssen. Und wir machen jetzt weiter mit dem Markenfenster. Um seine Quelle zu schützen, schützt Evian die Natur auf mehreren hundert Hektaren rund um diese Quelle. Denn das Wasser, das Sie trinken, ist so wertvoll wie die Luft, die Sie atmen. 5 vor 12 Jahren noch nichts auf dem Tisch. Dann machen wir doch Findusplätzchen. Aus vielen köstlichen Zutaten mache man eine feine Füllung, würze alles mit einer Prise Salz und Pfeffer und backe diese in frischen Omeletten goldgelb und knusprig. So kinderleicht und schnell gemacht sind unsere Plätzli à la Findus. Das Rezept heisst Findus. Schnell und gut kochen kann man auch mit den Produkten von Gobe Naturaplan. Das Boulet zum Beispiel stammt aus kontrollierter Freilandhaltung und ist darum besonders schmackhaft. Es ist bereits zerlegt in 4 Portionen gerechte Teile und eignet sich für zahlreiche Zubereitungsarten. Grüezi miteinander. Ich hoffe, ich habe eine Variante ausgesucht, die Ihnen gefällt. Boulet à la Romana. Gehackten Knoblauch, Zitronenschalen und frische Kräuter wie Rosmarin, Salbei, Majoran und Peterli vermischen und auf beiden Seiten des Boulet verteilen. Dann mit Salz und Pfeffer würzen, mit Olivenöl beträufeln und Stück mit Speck umwickeln. Im Ofen bei 250 Grad kurz anbraten. Dann zweieinhalb Dezileter Weissweide zugiessen und nach einer Viertelstunde Tomatenwürfel und Frühlingszwiebeln dazugeben. Jetzt die Hitze auf 180 Grad reduzieren und das Gericht 20 Minuten weitergaren lassen. Wenn Sie das Boulet à la Romana lustig gemacht haben, so können Sie das Rezept in der Coop-Zeitung dieser Woche oder auf dem Internet nachlesen. Schon jetzt viel Vergnügen beim Ausprobieren. Wohnen mit Top-Tipp heisst gut und günstig einrichten. Und alles, was wir Ihnen aus dem vielseitigen Möbelkatalog zeigen, können Sie in der Regel mitnehmen. Gut zu schlafen kann man mit dem exklusiven Trendprogramm Kiki. Die unzähligen Variationen und Einzelteile passen in jeden Wohnbereich. Zum Beispiel das Bett in Buchedekor für nur 745 Fr. oder der vierteuerige Spiegelschrank für 995 Fr. und vielen weiteren Kombinationsmöglichkeiten. Passend dazu finden Sie in allen Coop-Top-Tipp-Ausstellungen diese Metallkleiderbügel in diversen Farben zum Preis von 2,90. Und weil es so schön ist, machen wir gerade weiter mit Angeboten, um zu sparen. 500 Gramm Jubilor Café Classico, Wack verpackt und gemahlen sind ganze 2 Fr. günstiger. Alle Coop-Früchtequark im Doppelbecher gibt es für nur 1,10. Und der Arni Osterhals mit Hutte aus Milchschocchi oder Weisserschocchi kostet nur 3,90. Das wäre es gewesen für heute. Danke fürs Interesse und noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.